Herzlich Willkommen zurück zu Biomutant. Wir greifen die Festung des Rivalen an. Genieße den Tag. Ich könnte es nicht besser sagen. So, wir sind wieder zurückgesprungen. Eine Brücke. Geh einfach rüber. Du Arschloch. So kommt mir das irgendwie gerade vor. So, die Festung. In diesem Bereich haben sie wieder unzerstört und zugeschlampt, was früher Mist war. Als ob es nicht schon vor dem Stammeskrieg schlimm genug gewesen ist. Genau der Schrott, den du brauchst. Ja, wir haben ja einen Krieg gegen den Jacken, die Stamm. Aus guten Teilen wird guter Schrott. Und aus guter Schrott wird wieder guter Teilen. Haben wir hier auch noch was? Nee. Dann gehen wir hier hoch. Oh, da steht unsere Armee schon. Cool. Ja, auf jeden Fall haben wir hier die Belagerung gestartet. Mal sehen. Das sind ja sogar einige, ne? Sogar mit Belagerungsmaschinen. Das ist ja, das ist schon teilweise utopisch hier. Aber man kann es schlecht erkennen, aber es sieht irgendwie lustig aus hier. Leider müssen wir das verschrauben. Das ist leider schlecht. Eine Sprosse nach der anderen. Nichts geht über das Licht. Punkt. Manchmal sind da Heildinger drin, deswegen brauche ich die. Oder sowas. Daraus hast du viel Schrott gewonnen. So, da oben ist der Meister. Der General. Sie haben auf dich gewartet. Die Eroberung dieser Festung wird für Frieden zwischen den Stämmen sorgen. Ich bin bereit. Beeil dich lieber. Die Festung eines Stammes ist eine größere Herausforderung als ein Außenposten. Sie haben einen Sturmturm nahe der Festung positioniert, mit dem du über die Mauern gelangst. Allerdings musst du erst seine Räder reparieren, um die Lage zu stabilisieren. Ein Sturmturm. Wie soll das helfen? Du brauchst nicht anzuklopfen, um einzutreten. Ach, nee. Gut, wir sollen was reparieren. Eine Stütze für die Drehscheibe. Weil die drei Türme haben sie. Gut ausgewichen. Wir haben drei Türme und nicht einer funktioniert anscheinend. Da sind wir jetzt im Geschlechtvorbereiter hingefahren. Was für ein Treffer. Der Schlitz. Patsch. Okay, werden wir anscheinend das bekommen, was wir brauchen. Ja, ich greife die feste an, weil wir sonst in anderen Bereichen nämlich weiterkommen. Ich meine, es gibt mehrere Stämme. Und das würde dann die anderen freischalten. So. So. Haben wir doch ein gutes Foto hier. Tödu. Tödu. Zeit, den feindlichen Stamm zu befreien. Richte auf deinem Weg zu ihrem Sifu so wenig Schaden wie möglich an. Sifu? Es wird nicht leicht sein, den Sifu davon zu überzeugen, dass Frieden zwischen den Stämmen der einzige Weg ist, damit am Ende alle überleben. Er zweifelt, dass der Sifu kampflos aufgeben wird. Und es geht los. Ganz ohne Schaden kommen wir aber nicht durch. Was ist das für ein Schaden? Ja. Was ist das für ein Schaden? Ich bin kein Schaden von Schaden. Ich bin kein Schaden. Was ist das für ein Schaden? Ah, hier ist ja. Das stiftet den Brand. Das Trockengras sieht aus, als wäre es leicht entzündlich. Um ein Feuer zu entzünden, braucht es nur einen Funk. Wird sonst das helfen? Wir sollten so wenig Schaden wie möglich anrichten. Es brennt heller als das Licht. Jetzt die Barrikalle weg, jetzt kann ich da rein. Ich schau. Das sollte eine ordentliche Lebe sein. Knisterkalt. 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 Hörs gut wie die wegfliegen. So und level up. Das nehmen wir mal im Charisma. Gar nicht übel. So und das nehmen wir in den hier. Vielleicht können wir den dann überzeugen. Alles ist in Gefahr. Rucksack. Das hast du verschrottet. Das solltest du behalten. Ja wie das verschrottet. Das hast du verschrottet. Komme ich denn da zu dem Ort hin? Das sieht man nicht jeden Tag. Kingstadt namens Arbeiter. Woher komme ich denn da hin? Oh Musik ist so dramatisch. Ja doch so einfach. Sieh da. Ein Pyrozischer. Hihihi. Mach dich an die Arbeit damit er zischfunkelt. Schönes Knistern. Nütze die Nacht. So gut es geht. Gut. Wir gehen da weg. Gut. Wir gehen da weg. Oh gut. Das hier schon die Jagni Flagge. Äh die. Die Flaggen von uns sind. Du wirst damit wahrscheinlich nur einmal kurz anklopfen müssen. Bockler voraus. Eins. Zwei. Wahrscheinlich drittes Mal ne. Komms. Der Jagni Stamm strebt nach der Vorherrschaft und will vor allem gefürchtet werden. Sie wollen die anderen Stämme bezwingen. Denn nur durch ihre Vormacht können sie den Frieden garantieren. D. 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 es so ausgeht. Aus dem Kampf wirst du dich nur schwer herausreden können. Versuchen wir mal zu überzeugen. Das ist der einzige Weg zu überleben. Er lässt sich von einem starken Argument überzeugen und stimmt zu, dass es so am besten ist. Er übergibt dir die Festung. Einfach ohne Kampf. So, er wird gefangen genommen. Tust du Gutes, wird dir Gutes widerfahren. Sie sollen sich uns anschließen. Es ist eine schöne Geste, Hilfe anzubieten, wenn man sehen kann, dass sie jemand braucht. Ob gut oder böse, du schmiedest dir dein eigenes, unumkehrbares Schicksal. Sie stehen beisammen, bis Ordnung und Stabilität wiederhergestellt sind. Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Ja, jetzt kommen nämlich die anderen Stämme. Oder Stamm. Ist nur einer. Netra. Sieht aus wie Stitch. Ist eine sehr groteske Version davon. Dein Sifu ist zufrieden. Die Vereinigung der Stämme rückt immer näher. Zu schade, dass es nur mit Gewalt ging. Doch er sorgt sich immer noch um das Schicksal der Welt. Tömer uns, ob es hier endet. Du darfst diesen Krieg nicht verlieren. Wenn du am Ende versagst, war alle Mühe auf deinem Weg vergebens. Ein richtiges Ende aber zieht einen Schlussstrich. Er sagt, seit eurer ersten Begegnung bist du viel stärker geworden. Du weißt besser als sonst irgendjemand, dass das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht. Du brauchst eine Welt, in der jeder von seinem Gewissen geleitet wird. Das Gewissen. Die leise Stimme in einem, dank der man zwischen richtig und falsch unterscheiden kann. Willst du ein Leben ohne Angst vor dem Tod führen, solltest du auf sie hören. Der Jagni-Stamm abgeschlossen. Es ist der Jagni-Stab. Die Stammeswaffe freigeschaltet. Das Ende dieser Welt steht bevor und von allem anderen. Sehr gut. Ja, das ist ein Nebenziel quasi. Jetzt ist der Netra-Stamm dran, der hier auf der rechten Seite ist. Und ich glaube, hier oben links ist auch noch einer. Und da. Die müssen wir halt alle verein. Das machen wir so Stück für Stück. Ich sehe gerade ein neues Wunk-Fu. Ach hier. Fuh-Rolle. Das können wir doch schon. Ach, wegen dem hier. Wegen dem Stab. Ja. Das ist ein Kampfstab. Ich glaube, so gut sind die nicht. Wir können mal ein bisschen Zeit haben wir noch. Gucken. 300 bis 555. Man müsste den dann, glaube ich, verbessern. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.